Hallo. Hi. Danke. Wir kennen uns noch nicht, oder? Nee. Mona. Hi, ich bin Philipp. Hi. Ich bin... Wow. Alter. Ich weiß, du willst es jetzt nicht hören. Aber... Das mit dir und Mona wird nie was. Wieso bitte nicht? Ja, weil du schon viel zu tief drin bist in der Freundschaftszone. Ich mein, du hättest dir viel früher klar machen müssen, dass du auf sie scharf bist. Wer war das denn? Felix hat er gemeint, heißt der. Und irgendwas von, er spielt bei den Bahrain oder so? Wart mal. Redest du von Felix König? Keine Ahnung. Wieso kennst du den oder was? König, bist du verrückt? Was für ein Tor! Ich will immer gewinnen. Alles. Seit dieser Typ da ist die Mona fast überhaupt nicht mehr. Sorry Alter, aber ich kann es nicht mehr hören. Der König ist doch gar nicht dein Problem. Was soll ich denn machen? Du musst es ihr sagen. Du musst die Karten auf den Tisch legen und sagen, hey, so ist es. Wenn sie sagt, gut, da bin ich dabei, dann freue ich mich für dich. Und wenn nicht, dann musst du konsequent sein. Deine Wege werden immer weniger meine Wege. Ich bin überhaupt nicht so tief in der Freundschaftszone. Dass es diesen Scheiß überhaupt gibt. Nein, du bist nicht nur in dieser Freundschaftszone. In der Zone bist du der gottverdammte Bürgermeister. Meine Idee. Wir bewegen uns. Das mit Mona ist halt irgendwie abbestimmt oder so. Wir bewegen uns. Gegen uns. Du bist es plan. Die performance. Oh, ich weiß auch. Der ist jaich, der chiar.